Storytime, als dieser Hamster die Flugzeugtoilette runtergespült wurde. 2018 wollte eine Studentin mit ihrem Hamster Pebbles nach Florida fliegen. Vorher wurde ihr telefonisch zugesichert, Hamster an Bord sind gar kein Problem. Vor Ort erfährt sie aber, dass Nagetiere generell im Flugzeug eine zu große Gefahr darstellen. Die Studentin war total im Stress und überfordern und dachte, dass sie nicht mitfliegen darf, wenn sie den Hamster behält. Völlig aufgelöst hat sie kurzerhand den Hamster die Toilette runtergespült, weil sie das Problem schnell lösen wollte.